UNTERTITELUNG Dein Vater wird Klinikchef. Bist du auch ein Chirurg? Wahrscheinlich, ja. Was ist denn mit Mädchen? Ich hab keine Zeit für sowas. Du denkst, du bist was Besonderes mit deinen Büchern. Kennt jemand die vier Feinde der sozialistischen Volkswirtschaft? Frühling, Sommer, Herr Erstenwinter. Ist das Ihr Buch? Es ist eine vorsätzliche Provokation. Du hast den Arsch aufgerissen, als du hierher kommst. Ich hab euch nicht rumgedritten. Bitte! Kommen Sie doch mal mit, für einen kleinen Moment. Die Stasi war bei mir. Versucht mich zu erpressen. Du hast doch immer so große Töne gespuckt, von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Du bist bei der... Das ist doch alles verloren! Oh, was ist denn vor? Nein! Der Stein! Mein bester Freund. Soll ich dem vertrauen, wenn ich dir? Die Angeklagten werden verurteilt zu einer Strafe von 20 Monaten Freiheitsentzug. Ich weiß, dass Sie das nicht waren. Sie wissen gar nichts, wie arroganter, eingebildeter Schnürs. Auf die Straße! 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 Auf